Der Workflow zur Narration nach Präger wird in sieben Phasen eingeteilt. Grundrecherche, Festlegen des Erzählsatzes, Feldarbeit, Erstellen des Storyboards, Schreiben des Manuskripts, die Produktion, Erledigen des Papierkrams. Nun schauen wir ins Detail der einzelnen Phasen. Grundrecherche, Zunächst muss das Thema klar sein. Wenn das Thema klar ist, müssen Veröffentlichungen zum Thema zur Hand genommen werden, um das Thema fest in den Griff zu bekommen. Das heißt, journalistische Hausaufgaben müssen gründlich erledigt werden. Diese Phase kann auch als Phase des Jagens und Sammelns bezeichnet werden, bei der die guten Früchte, also die guten Veröffentlichungen, herausgepickt werden müssen. Es muss aber im Hinterkopf behalten werden, dass die Realisierbarkeit klar sein muss. Erzählsatz festlegen. Wir kommen zur zweiten Phase und müssen uns beim Festlegen des Erzählsatzes auf die Suche nach der tieferen Idee unserer Geschichte machen. Feldarbeit. Der Name ist Programm und zählt wohl zu einer anstrengenden Phase. Denn hier geht es darum, Termine zu vereinbaren, zu reisen, viel zu telefonieren und Aufnahmen zu machen. Bevor du aber zum Interviewpartner reist, mache dir die potenzielle Big Idea klar und nehme diese mit ins Interview. Storyboard. Nachdem alle Interviews abgeschlossen wurden, muss das Material dringend sortiert werden und die Arbeit der Erstellung des Storyboards kann beginnen. Manuskript. Ein Manuskript schreibt man am besten mit ganz viel Ruhe und ohne jegliche Ablenkung an einem aufgeräumten Schreibtisch und nimmt sich dafür ausreichend Zeit. Hier beginnt die Inszenierung. Und falls dir Schwierigkeiten bei der Erstellung des Manuskripts begegnen, sind wahrscheinlich Storyprobleme der Grund. Produktion. Zur Produktion zählt das saubere Schneiden der O-Töne. Sowie das Einbringen von Geräuschen und Atmosounds. Nach der Finalisierung muss das fertige Pfeil an die Produktion gesendet werden. Papierkram. Im letzten Schritt muss das ganze Projekt in sauberer Arbeit dokumentiert werden.